Was ist denn? Tina, trimst wir aber raus. Wenn das weh tut, schweig! Was ist das denn? Ich sehe das gemacht! Es ist gel! Ja, es ist das für ein Scheiß! Gleit! Gleit! Das benutzen wir immer noch! Kommt Tina! Aber nicht trimmen! Rasieren! Trimmen ist schlecht! Alles klar! Gleitengel und irgendwelche Dinger, die mit Batterie... Haben wir Wasser? Nein! Aua! Oh, das blutet schon! Quatsch! Stopp! Stopp! Erstmal ablöschen! Nein! Das ist ein Mann! Das ist ein Mann! Der Typ geht übrigens zu mir, ne? Das ist auch nach Bier? Aua! Mann, das tut auch nirgends weh, du Pussy! Mann, was ist das für eine Pussy, Alter? Stopp! 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 Tina, was ist das mit dem Herz mache? Das Alter ist so geil! Ich darf gerne noch an meinem Arm rumprockeln! Mach aber den Trimmer, mach den Trimmer! Nein! Mann, das ist doch nirgends weh! Ich bin so ne Pussy! Wenn Tina Elektrogeräte in der Hand hat, die Summen! Das tut doch nicht weh! Nein, das tut doch nicht weh! Hey, nicht so viel wackeln jetzt! Geh weg! Da, da, da! Ist doch egal! Da! Schau mal! Das tut doch nicht weh! Das tut doch nicht weh! Nein, das blutet ohne Hände schon! Das tut doch nicht weh! Das tut doch nicht weh! Nein, das blutet ohne Hände schon! Lea! Der ist doch noch ein bisschen fährlicher! Nein, da ist doch noch so Schutz vor! Ja, schon muss doch noch ein paar rein! Tina, Tina, wach mal da mit dem Herz ins Bein! La, 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 la! Warte! La, 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 la! Ey! Warte, 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 warte damit! Halt dich! Ey, du musst doch nicht gegen den Strich! Ey, der muss doch mit der Kettensäge dran! Das geht ja gar nicht! Ey, Steffi, ja? Ich soll mein Äpfchen mehr haben! Steffi, du bist echt eine Nutzer! Warte mal, ey! Ich lass alles damit machen! Weißt du, das heißt gar nichts! Wir rasieren die Haare von! Die werden mochen! Es geht hier um Haare! Es geht hier um Haare! Ja, das ist richtig! Tina wird mich rasieren jeden Tag! Jeden Tag nicht! Wo machst du mich gestern eigentlich nicht? Ja, aber du hast doch nicht jahre gegangen! Weiß nicht! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Guck mich mal an hier, wie ich aussehe! Aber das ist gesund nicht! Das darfst du nicht! Hahaha! Kann ich gleich weiter? Nein! Im Gesicht rasieren... Ich weiß, wo bitte gleich aussieht! Scheiße! Ich hab mich in das Vieh gesessen! Hahaha! Guck mal, der hat schon mal so viel gesetzt! Was war das denn? Nein, nein! Im Gesicht... Wenn man sich mit einer Frau im Gesicht rasieren lässt, sich der größte, mit schwarzem Weiß festgebern! Ja, genau, ne? Ist das, ist so! Aber das hab ich noch nie... Oh, jetzt blutet, oder? Ne doch nicht! Nein! Voll gut! Blut! 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 Ja, danke! Können Sie das nochmal verbalisieren? Mach mal da drumherum auch ein bisschen, damit man auch sieht, dass es rasiert ist! Genau! Mach das auch! Oh, lecker! Wir erklären Ihnen, dass es mal ein Handgelenk rasiert! wenn Sie das gerade so machen können! Das geht gar nicht! Ich hab 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 nicht! Ach, ey! Der hat 10 Euro kostet! Ja, wir haben's ja in Europa! 10 Euro! Aua! Oh Mann! Pussy, das tut nicht weh! Der muss doch mal zwei Teppiche für verkaufen, ne? Ja! Richtig! Und Gardinen! Steffi! Gardinen habt ihr auch? Steffi! Klasse! Kannst du auch deine Gardiner nimmst! Der auch! Nimm mal den, lass mal sie ja rein! Und mach mal vernünftige Fotos! Fotos! Wie geil! Ist schon, gibt's ja viele! Ist schon so ein bisschen geil! Ich rasier mich schneller um ein Eier als der auf eine Arme! Hast du mir jemals schonmal einen Freund gehabt? Du bist echt total unsensibel! Ich dachte, du wärst sehr lecker! Ich dachte, du wärst sehr lecker! Die kann nur Schlagenboxen und Treten! Ganz Körperrasur! Vollen lassen! Nein! Nein! Guck mal hier! Da ist doch alles ganz verhebt hier! Nein! Ja doch! Morgen Mittag um 12 wollen wir abreisen! Wir machen Ganzkörperrasur bei Steffi! Kannst gerne weiter rasieren! Wenn es nicht alles so... Nein! Vor allem die ganze Rasierklinge schon vollzieht! Du Spack! Oh ja! Gib mir hier auch ein bisschen! Weiii! Kommt wieder! Ja! Seid gut! Jetzt hab ich mich... Ja, jetzt hab ich mich geschnitten! Ja! Warf! Warf! Schmeckt gar kein Papier! Warf! Schmeckt gar kein Papier! Warf! Bist du mein Privatpapier? Ich bin jetzt voll am Bluten! Wie ist das denn gemacht? Ich hab in die Klingel gefasst! Ohne Scheiße! Du rasierst mir Harz vom Arm! Und du bist am Bluten! Nein! Hey! Das ist doch gar kein Harz mehr! Ja und? Wenn wir schon mal... Hau, das machen wir grad so an! Nicht zu kassieren, doch weitermachen! Wirklich? Wie geil, ey! Geh jetzt mal mit deinem Daumen! Du hast auch schon Blut alles! Kina, halt mit deinem Daumen! Haben wir ein Taschentuch? Hat jemand ein Taschentuch? Ih, das blutet! Kina, hol mal was! Es blutet mit der Dräme hier! Wie geil! Ich werde rasierst, wie blutet! So! Ach, war eigentlich richtig doll! Ja und jetzt? Ja, irgendwie kriegst du... Wieso vibriert das immer noch? Oh, was hast du da für... Ja, ich kann's auch ausstellen! Jo, das Ding so heiß! Scheiße! Hahaha! Das ist immer gut! Wie beim Fensterputzen! Ich bin keine Tapete, aber du brauchst mich nicht abschaffen! Ja, Mann, das geht nicht mehr, oder? 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 Ja, Mann! Ja, Mann! 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 Mann!